Hallo, schön, dass Sie sich dieses Video anschauen. Mein Name ist Andreas Bruchhausen. Ich bin Partner in der Kanzlei Binkel-Königsmann in Burscheid. Ich berate und vertrete bundesweit und im europäischen Ausland Mandanten bei der Regulierung von Unfallschäden und auch in sonstigen Bereichen des Verkehrsrechts. Heute möchte ich Ihnen ein paar Dinge dazu sagen, was man nach einem Unfall machen sollte. Zunächst mal, was man unmittelbar nach dem Unfall machen sollte. Das ist ja etwas, was man schon eigentlich in der Fahrschule auch lernt. Eigene Sicherheit erst mal hat immer Vorrang. Also Unfallstelle sichern, das Warnreieck aufstellen etc. Dann Polizei, gegebenenfalls den Notruf verständigen, falls es Verletzte gibt. Dann Erste Hilfe leisten. Wenn das alles so im Wesentlichen schon mal die ganz, ganz wichtigen Sachen dann geregelt sind, kümmert man sich um den Schaden, um das Schadensbild. Dann schaut man mal, sieht es nach einem großen Schaden aus? Lässt man am besten möglichst alles erst mal unberührt, damit die Polizei, wenn sie eintrifft, sich ein Bild von der ganzen Sachlage machen kann? Dann handelt es sich um einen kleineren Bagatellschaden mit eher geringem Schadensbild, keine Verletzten. Dann kann man auch durchaus die Unfallstelle zügig räumen. Ansonsten gibt es auch nachher Gemecker von der Polizei. Die finden das dann gar nicht gut, wenn man wegen eines kleinen Schadens da einen riesengroßen Stau verursacht. Klug wäre dann nur, dass man im Vorfeld, bevor man dann die Unfallstelle räumt, einmal das Ganze mal kurz dokumentiert. Heutzutage hat ja nahezu jeder ein Smartphone dabei. Das ist natürlich ganz praktisch dafür. Da kann man Fotos mitmachen, die ja alle heutzutage eine gute Qualität haben und zur Sicherung der Beweise schon mal ausreichen. Hat man kein Smartphone, lohnt es sich eine Kamera. Es gibt ja modernere Modelle als so etwas. Auch eine kleine Quick-Snap reicht dann, sich ins Auto zu legen, um für den Fall der Fälle einfach gewappnet zu sein. Dann kommt die Polizei oder, heutzutage gar nicht mal so selten, sie kommt auch nicht. Entweder weil sie sagt, das kann noch eine Stunde dauern. Wollen sie wirklich, dass wir vorbeikommen? Kann auch sein, dass sie von vornherein mitteilen, nö, wir haben andere Einsätze, es geht nicht. Dann sollten sie in ihrem eigenen Interesse zusehen, dass sie den Sachverhalt irgendwie mal mit dem Unfallgegner klarkriegen. Gerade wenn die Polizei nicht ankommt, empfiehlt es sich, dass sie einen Unfallbericht auch im Auto liegen haben. Ich habe mal hier so etwas mitgenommen, mitgebracht, wie sowas aussieht. Das ist relativ leicht zu erhalten und gibt einem die Möglichkeit, alle wesentlichen Daten dann im Falle eines Unfalls eben mal für beide Unfallparteien aufzunehmen, sodass man dann auch nachher noch die Daten des Unfallgegners hat etc. Wenn die Polizei nicht kommt und sie machen Fotos, achten sie darauf, dass sie auch das Kennzeichen des anderen Fahrzeugs fotografieren. Ansonsten kann man nachher das Problem haben, dass man zwar einen Unfall hatte, aber gar nicht mehr weiß, mit wem. Wenn der andere eigentlich schuld ist, macht das die Sache für sie nicht einfacher. Wenn die Polizei nicht kommt, sehen sie vor allen Dingen auch zu, dass sie Angaben des Unfallgegners kontrollieren. In unserer Praxis kommt es leider immer wieder auch vor, dass Menschen dann Angaben machen, die einfach nicht stimmen, eine Handynummer, die es so nicht gibt, eine Adresse, unter der man doch nicht wohnt. Und wenn man da die Daten halt vorher vernünftig sichert, ist es nachher deutlich einfacher auch dafür zu sorgen, dass sie zu ihrem Recht und zu ihrem Schadensersatzanspruch kommen. Das sind so die Dinge, die eben unmittelbar nach dem Unfallgeschehen wichtig sind. Eine wichtige Sache noch, das empfiehlt meistens eher der Strafrechtler, aber auch der Verkehrsrechtler kann das empfehlen. Wenn der Unfall unklar ist und nicht so richtig klar ist, was da genau passiert ist und der Unfallgegner was anderes sagt, als sie meinen, was passiert ist, gegenüber der Polizei hält man sich dann mit Aussagen zurück. Es zeigt sich, dass dann oft Dinge nachher in einem Unfallprotokoll stehen, die man so vielleicht nicht gesagt oder zumindest nicht gemeint hat. Und das macht die Sache dann aber meist relativ schwierig, nachher in der Regulierung das wieder alles gerade zu rücken. Deswegen sagt man da besser einfach erstmal gar nichts. Das kann man alles auch später noch machen. Man bekommt dann noch genug Gelegenheit durch Anhörungsschreiben etc. So, das ist eben das, woran man versuchen sollte zu denken im Unfall selbst. Das ist natürlich mal eine aufregende Geschichte, aber wenn man das mal sich so ein bisschen vergegenwärtigt, sich präpariert mit Handy, Telefon, einem Schadensbericht, notfalls auch einfach nur einen Zettel, auf dem man die Daten dann irgendwie aufnehmen kann, dann hat man schon einiges, womit man sich die Sache nachher deutlich einfacher machen kann. Jetzt sind Sie nach dem Unfall aufgeregt, verärgert, wieder aus der ganzen Situation heraus und jetzt stellt sich die Frage, was Sie dann machen. Wenn Sie ganz klar schuld sind oder wenn das Ganze eher so ein bisschen kippelig ist, man weiß nicht so recht, wer da schuld ist, auf jeden Fall die eigene Versicherung informieren. Wenn es eine Kaskoversicherung dabei ist, die natürlich gleich mit. Das erledigt sich aber in dem einen Anruf schon, damit die Bescheid wissen und gegebenenfalls agieren können. Wenn man davon ausgehen darf, dass der andere eigentlich schuld ist am Unfall oder eben auch in dem Fall, dass es nicht so ganz klar ist, weil beide was anderes meinen, der eine meint, sie wären zu schnell gewesen, sie meinen, er hat ihnen die Vorfahrt genommen. Da gibt es ja schon mal dann auch Meinungsverschiedenheiten. Dann ist ganz wichtig, professionelle Hilfe holen in der ganzen Geschichte. Das ist zum einen eine vernünftige Werkstatt, das ist zum anderen ein Sachverständiger, der die Schadenshöhe ermittelt und das ist zum Dritten auch anwaltliche Hilfe. Sie müssen davon ausgehen, die Versicherer beschäftigen eine Vielzahl von Angestellten, die allesamt in dem Bereich des Verkehrsrechts, insbesondere des Schadensersatzrechts, des Schadensersatzrechts bestens geschult sind und sie sollten dann, wenn sie für den Unfall nichts können und Schadensersatz haben möchten, dafür sorgen, dass sie da Waffengleichheit herstellen und selbst genauso gut argumentieren können, wie das auf der anderen Seite die Versicherung tun wird. Sie müssen auch davon ausgehen, dass die Versicherung nicht besonders begeistert davon ist, viel Geld an sie zu zahlen als Schadensersatz. Das ist vollkommen klar, das ist ein Wirtschaftsunternehmen, die verdienen ihr Geld damit, dass sie möglichst wenig ausgeben und nicht damit, dass sie es freigebig ausschütten und jedem einfach immer jeden Wunsch erfüllen sozusagen. Da müssen sie selber für sorgen und dafür brauchen sie eben die professionelle Hilfe. Man hört dann ganz oft, auch bei mir in der täglichen Praxis, ja, die Haftung ist doch ganz klar, der ist mir hinten drauf gefahren und was soll da schon passieren? Dann passiert vielleicht in der Frage, ob man zahlen muss, nichts, aber in der Frage, wie viel, passiert dann eine ganze Menge. Die Versicherung wird auch dort versuchen, Kürzungen vorzunehmen und denen muss man dann eben entsprechend begegnen. Da muss man wissen, wie man gegen Kürzungsversuche vorgeht, was man argumentiert. Man muss auch abwägen können, ob es vielleicht mal irgendwo auch berechtigt ist, was da versucht wird zu kürzen und das muss man halt vernünftig beurteilen. Auch muss man im Vorfeld den Schaden ermitteln. Da sollten Sie sich auch dann nicht in die Hände desjenigen begeben, der nachher am Ende des Tages bestimmen soll, wie viel gezahlt ist. Das kann man sich relativ leicht überlegen, dass wenn ich von jemand anders Geld bekomme und dem sage, er darf eigentlich bestimmen, wie viel das dann wirkt, wird es möglicherweise nicht ganz so viel sein, wie man sich selbst vielleicht vorstellt oder wie ein unabhängiger Sachverständiger in dem Falle dann nachher feststellt. Das sind alles so Dinge, die man berücksichtigen müsste, die man auf den Weg bringen soll und das ist der weitere Vorteil, wenn man mit der Abwicklung eines Unfallschadens dann eben Leute betraut, deren täglich Brot das ist. Man kann sich selbst relativ entspannt zurücklehnen und die einfach mal machen lassen. Die wissen, was sie tun. Die werden das effektiver handhaben als Sie. Sie haben den Papierkram nicht und Sie können sich darauf verlassen, wenn das in guten Händen ist, dass für Sie auch das bestmögliche Resultat am Ende des Tages herauskommt. Da gibt es dann auch immer noch wieder die Frage, ja, was ist denn mit den Kosten? Das kostet mich doch alles dann Geld. Dazu kann man rechtlich sagen, dass zum Schadensersatzanspruch, den Sie haben, wenn jemand anders an Ihrem Fahrzeug einen Unfall verursacht hat, die Kosten der Schadensermittlung gehören. Das sind die Kosten des Sachverständigen. Die müssen von der Versicherung ebenfalls übernommen werden, wie auch die Kosten der Geltendmachung der Schadenspositionen, die Kosten der Rechtsvertretung. Anerkannte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist es zu beiden Bereichen, dass die Kosten, die für die Ermittlung des Schadens anfallen, sowie für die Rechtsverfolgung Teil Ihres Schadensersatzanspruchs sind. Das bedeutet, Sie kommen in den Genuss, ohne selbst in die Tasche greifen zu müssen, sich eben die Dienste von Menschen sichern zu können, die Ihr Handwerk da gut beherrschen. Deswegen ist unsere ganz klare Empfehlung, suchen Sie sich professionelle Hilfe bei einem Unfall, gehen Sie zur Werkstatt Ihres Vertrauens, beauftragen Sie einen Sachverständigen mit der Schadensermittlung, beauftragen Sie einen Rechtsanwalt mit der Regulierung Ihres Schadens, damit Sie am Ende auch mit dem bestmöglichen Resultat dastehen. So ärgerlich der Unfall ohnehin schon ist, sollte er dann nicht auch noch zu Ihrem finanziellen Nachteil gereichen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie in einem Unfall an uns denken und sich bei uns melden. Auf Wiederschauen.